So, zwei Labore haben wir, die schicken ich gleich mal wieder auf die Schicht. Ich hoffe, irgendwann geht's ja mal weiter. Vielleicht hätte ich erst die Brücke bauen sollen, damit die nicht immer hin und her laufen müssen. Du... L sponsors... wo muss dann da hinten über die Brücke laufen. Das ist vielleicht ein bisschen ätzend, aber naja. Egal. Wir werden's hier irgendwann fertiggestellt haben, dann ist auch diese Brücke hier fertig, dann haben wir die andere Flusshälfte auch konnektiert. Momentan müssen die halt immer da rumlaufen, eigentlich können sie hier rumlaufen, aber egal. Wenn die Wege hier fertig sind, sieht es eh anders aus, wobei hier können sie eh nur da langen. Was eigentlich auch is... was noch okay wäre. Müsste man hier noch einen Weg runter bauen oder so... weiß ich nicht. Ich will aber auch nicht zuviel vom Förster weg nehmen. So, drei Leute ohne Tools, es wird langsam wieder. Wollen wir uns mal nicht beschweren. So, puh, ein Leute ohne Tool, das heißt wir haben die Toolkrise eigentlich soweit auch überwunden dahin. Wird gebaut, dass die Schwarte kracht, ich freue mich sehr, 75% Komplit, 61 von 160 schon gebaut. 62, 63, 64, siehste mal, da kommt der nächste Handwerker. Das geht jetzt richtig flotti-rabotti. Jetzt haben wir noch einen Laborer übrig, den lass ich mal, falls irgendwo einer wegstirbt, dass er gleich die Lücke füllt. Denn die Baustelle geht ja eh voran, die kriegen wir dieses Jahr noch fertig und wir brauchen Tools. Natürlich brauchen wir Tools. Wenn die Brücke dann noch fertig ist und die Wege nach und nach fertig gebaut werden, dann, ich glaube, dann können wir bald auf die andere Flusshälfte rüber wechseln. Hier kann man noch ein kleines Holzreservoir hinbauen. Generell, das gilt ja, obwohl da bin ich mir gar nicht so sicher. Und ich glaube auch nicht, dieser Fluss hier ist, glaube ich, für einen Fischer ist dieser Fluss hier zu low. Ich glaube, das können wir nicht machen. Dann müsste man eher so in diese Richtung gehen hier hinten. Ich weiß aber nicht genau, wie das ist mit dem Fischer. Der muss ja die ganzen Krempel dann wieder da rüber tragen. Das ist so ein bisschen ätzend. Da brauchen wir Laborer, die jetzt die Fische dann durch den Wald da hinten hinbringen. Das lohnt sich einfach gar nicht. Deswegen habe ich noch keine gebaut. Da ist der Weg einmal viel zu lang und viel zu doof. Also auf Fischerei verzichten wir momentan in Stuckenborstel. Ist auch eher ein untypisches Geschäft bei denen. So, ist Feining ein Tool. Das heißt, die brauchen immer Tools. Die machen ihre Werkzeuge kaputt und suchen sich neue. Und leider müssen sie auch vor den langen Weg gehen. Immer hin und her laufen. Da müsste man hier bald wieder irgendwo Tools haben. Pipapo, also irgendwo ein Lagerhaus. Und dann müsste man auf der anderen Seite quasi wieder ein Städtchen bauen. Einen anderen Stadtteil von Stuckenborstel. Das hier ist Stuckenborstel, Altstadt Süd. Sozusagen. Und wir bauen in den Norden hoch. Und hier auch hier. Oh, da ist schön. Da könnte man Fischer bauen zum Beispiel eine Menge. Dann müssten wir mal den Süden bauen. Und das geht hier durchs Waldgebiet. Das ist der Stuckenborstler Forst. Der Stuckenforst. Oder der Borstelforst. Der Borstelborstel. Der Borstelforstel. Ja, der ist das. Genau. Also der Borstelborst. Der Borstelforst. Also der Borstelforst wäre das hier. Ah, da ist schon wieder Nebel und Regen. Leckt mich doch. Und dann würde man hier quasi nach unten bauen. Dann könnte man da ein autarkes, ein autarken Stadtteil bauen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Ich will nicht die ganze, die ganze Karte vollbauen natürlich. Dass da alles dicht an dicht steht. So, das hier sieht er langsam 150, 160. Natürlich wieder eine Frau am Hammer schwingen. Ist doch klar. Die Frauen reißen es hier einfach in Stuckenborstel. Die Männer scheinen da eher so ein bisschen abgeschlafft zu sein. Das tut mir leid. Liebe Stuckenborstler Herren, aber eure Damen sind auf dem Vormarsch. Gönne ich mir erstmal einen Schluck Kaffee. Hab ich jetzt wirklich getrunken gerade? Äh, äh, getrunken. Hab ich wirklich getrunken. Trau ich mich. Ab und zu mal im Let's Play zu trinken. Selten. Wenn ich viel aufnehme, mach ich das mal. Aber so, dass man es nicht hört natürlich. So, Loks. Haben wir wie viele? 188. 587 Firewood. Das ist doch schon mal super. Das heißt, wir werden diesen Winter hoffentlich keinen Dingens erleben. Keine Frostperiode. Also zumindest... Ooooooh. Und es ist fertig. Jetzt gucken wir mal. Status. Jahr 22. 20. Kommen wir die Town Hall gleich angekettet lassen. Go to. Da können wir gleich zu den Typen gehen. Production. Loks haben wir. Limit 400. Current 182 haben wir. Use 247. Produce 229. In einem Jahr verbrauchen wir 417 Loks. In einem Jahr stellen wir 544 her. Das heißt, ist das gut? G-gut? Futter. Haben wir in einem Jahr 8500 verbraucht. 9400 hergestellt. Das ist auch super. Tools. 26 benutzt. 2 hergestellt. Das ist nicht ganz so gut. Da müssen wir ein bisschen mehr nachlegen. 41 benutzt. Stone. 66 benutzt. 92 hergestellt. Das war jetzt aber nur, weil wir Leute in den Minen hatten. Klamotten. 17 benutzt. 18 hergestellt. Alkohol. Alkohol. 0,0. Kohle. 3 benutzt. 27 hergestellt. In 5 Jahren. 38.000 Futter. 41.000 benutzt. Äh, hergestellt. 2.800 hergestellt. 2.800 hergestellt. Aha. Wir müssen dringend was bei den Loks ändern. Deswegen haben wir auch immer kein Firewood. Hier ist das gesamte Inventory, was man so haben kann. Das ist das, was wir aktuell weltweit haben, sozusagen. Und was haben wir denn hier? Population. Steig. Sehr gut. Erwachsene. Steigen. Kinder. Da hat es ein bisschen abgenommen. Da ging es richtig nach oben. Und die Students haben wir natürlich ein bisschen abgenommen über die Zeit. Das wird bald mehr werden, weil die Kinder haben hier zugenommen. Und da werden wir natürlich auch bald die Students nachrutschen. Auch ein Händler ist da. Nomads. Ach, da kommen ja Nomaden, die hier ab und zu mal mitarbeiten wollen. So. Trade Items. Das ist das alles, was wir schon aufgedeckt haben. Das müssen wir noch alles nach und nach machen. Ne. Nein. Kettel, Kettel, Kettel. Kost 1000. Wir brauchen 2000. Dann haben wir zwei Kettel. Alter. 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 Wir haben zwei Kettel. Geil. Geil. Können wir hier sofort... Kettel. Ja. Geil. Wir können hier loslegen. Wir brauchen jetzt allerdings noch einen Hertzman. Don't tell me that I'm Hertzman. Hertzman. So, hier. Zack. Hertzman. Das heißt, wir können jetzt endlich Tiere züchten. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Da, guck mal. Guck mal, wer da ist. Die Brahmin steht schon da rum. Also nicht Brahmin, sondern Brahmin. Ich hoffe, ihr wisst, was Brahmin heißt. Wer das nicht kennt, nimmt Cookie Dent. So, Custom Order. Kettel mach ich mal aus. Chickens und Cheap. Hätte ich gerne noch. Weil Kettel haben wir ja jetzt. Bringt das auch mal jemand weg? So, da kommt er angescheißert. Oh, oh. Ich hoffe, der nimmt jetzt nicht das ganze Feuerholz weg. Der bringt Feuerholz. Können wir vielleicht die Kettels wegbringen? Nur mal so angedacht. Ja, die Kuh. Da latscht die Kuh. Die Kuh macht muh. Da latscht die Kuh. Schade, dass die Kühe keine eigenen Namen haben. Die Kuh latscht. Blablabla. Und die Kuh latscht in den Tunnel. Und die Kuh latscht aus dem Tunnel. Hier müssten wir mal Straßen bauen auch. Hier so. Und da kommt die Kuh aus dem Tunnel. Und da latscht die Kuh durch die Gegend. Und da geht die Kuh gleich in den Stall. Ja, da freu ich mich auf jeden Fall. Lalala, was für ein tolles Lied. So, braucht man für die Kühe eigentlich auch Fressi Fressi? Gucke mal. Zwei von sieben. Number of animals to keep in the pasture. Exceeding the count will result enough to being slaughtered for food. Okay, wir werden sieben Kühe anbauen und dann mal gucken, was passiert. Die müssten sich jetzt vermehren. Ich geh mal davon aus, das sind zwei unterschiedlich geschlechtliche Kühe. Oder die können sich gegenseitig befruchten. Yeah, die Brücke ist jetzt auch da. Hier fehlt aber noch ein bisschen Sträßchen. So, dann haben wir da ne schöne Straße und können dann hier ganz easy auch immer... Ne, sieht ganz gut aus. Macht sich da echt ganz gut. So ein bisschen überblickend sozusagen. Und wenn hier überall dann lecker Ernte ist und so, ein bisschen Grüngürtel, dann sieht das noch ein bisschen besser aus hier. Dann baue ich hier Häuser hin. Wir brauchen ja eh noch ein paar. Loks haben wir. Wie viel kostet das? Acht Steine. Können wir uns auch noch leisten, gerade so. Acht. Sechzehn. 24... 32. So. Bauen wir uns vier Häuserchen hin. Fünf Bilder haben wir sowieso. Theoretisch ja sechs, aber einen Laborer lass ich mal. Den Luxus gönnen wir uns einfach mal. Bauen wir vier neue Häuser, damit die Einwohnerzahl ein bisschen hoch geht. Und dann hoffen wir mal, dass die Kühe sich auch fortpflanzen. Da würde ich mich sehr freuen. Juhu! Wir haben Kühe! Wir haben Kühe! Muuu! Ich freue mich doch auch! Du geile Sau! Also Kuh. Komisch eigentlich, ne? Dass man sagt, du geile Sau, aber du blöde Kuh. Was gibt's denn noch für Tierdinger? Du rechtschaffender Iltis! Oder... Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, Alter, das geht ja mal schnell, Freunde. Geil. Freue ich mich sehr. So, zwei Labore haben wir jetzt wieder. Einen setze ich wieder als Bilder ein. Bilder von dir. Überdauern. Ist nur eine Zeit. Und dann schauen wir mal. Ich würde gerne gucken... Wir brauchen ja dringend... Ich glaube, aus Schafen. Mit Schafen kann man dann, äh... Also Hühner geben, glaube ich, soweit ich das noch im Kopf habe. Hühner geben Eier und Fleisch. Kennen wir ja, ne? Und, äh... Stone is low. Jaja. Und, äh, äh, äh... Schafe geben aber Wolle für wärmere Kleidung. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Schafe. Die werden wir auf jeden Fall kaufen müssen. Guck mal ganz kurz, wie viel... 873 sind wir da jetzt. 1200 sind angefragt. Also, wenn der Typ nochmal rumkommt... Ich hoffe, der bringt Schafe mit oder irgendwas anderes. Weil dann können wir uns auf jeden Fall wärmere Kleidung machen. Dann haben wir im Winter effizientere Arbeiter. Generell Leute, die sich nicht aufwärmen müssen. Guck mal, die Straße hier ist fast fertig. Ist halt eine Doppelstraße. Auf der anderen Seite dann auch nochmal. Und hier dann vielleicht auch noch. Hätten wir vielleicht auf allen Seiten so machen sollen. Egal. Vielleicht bauen wir dann da echt irgendwie ne Kneipe hin oder so. Am liebsten würde ich auch Einwohner benennen. Das wär ganz toll. Oder wenn man auch die Kneipe benennen könnte. Oder so ein paar Ortschaften benennen. So Häuser umbenennen hier. Storage-Bahn würde ich gern umbenennen. Das wär immer ganz cool, dass man das so richtig personalisieren kann. Müssen wir beim Entwickler mal anfragen. Da können wir bestimmt heitere Scherze machen. So hier ist momentan alles noch Dreckweg sozusagen. Da machen wir natürlich später Stein hin alles. Wird alles natürlich Stein. Auch die Häuser müssen zu Stein werden. Damit wir nicht so viel Heuerholz brauchen. So, schon wieder ein Laborer. Geil. Und hier wohnen sofort Leute. Alfred... Alfrederik. Alfrederik und Sumont. Er ist mit 16 schon Arbeiter. Und sie ist mit 18 noch in ne Penne. Einer muss ja die Kohle ranschaffen. Hier haben wir Rome und Alinaya. Und dann machen wir da wieder so ne Häuserreihe hin. Einfach die können ja da hinten bis zum... Ihr müsst ja in die Kirche gehen eigentlich. Da geht das ja. Haben wir nen schönen Grüngürtel. Haben wir wieder ein paar Häuserchen. Das wird schon ganz adrett glaube ich. Das wird ganz schön. Ja so schön. Aber wird schön. Freue ich mich. Zwei von sieben. Los geht hin und ehret euch. Los. Und ruff auf die Mutti. Na ja. Ich lass hier mal ein bisschen Zeit. So wir sind im Herbst. Und wir haben hier 34 Prozent. Ja die Ernte ist fast eingeholt. Was ist hier mit der Ernte? 31. Da wird grad noch weggeholt. Fröhlich mit den... Die Walnüsschen werden geerntet. Dann heißt... Dann haben wir 13 Leute die wir... So da haben wir auch... Sechs Labore haben wir. Die schicke ich erstmal in den Steinbruch. Und jetzt wenn 3 Prozent weg sind... Können wir dann nochmal direkt 13 Labore. Ihr kennt ja das Prozedere. So null. Und weg vom Feld. Und dann würde ich mal sagen... Hier auch in die Mine. So. Die armen Bauern. Tut mir ein bisschen leid. Im Sommer auf dem Feld knüppeln. Und im Winter muss er dann trotzdem noch in die Mine. In die Minenschächte. Aber er hilft ja nix. Stuckenborste muss leben. Da fehlt noch genau ein einziger Stein. Und wir haben gar keinen mehr. Scheiße wo ist denn der Stein hin? Wir haben doch abgezählt. Da klaut einer Steine. Oder vielleicht war das Verfallsdatum überschritten. Aber egal. Das kriegen wir schon hin. Wer gelacht bin nicht. Hier wohnen jetzt Christen und Berlin. 27 Jahre. 15 Jahre. Na weißt du Bescheid Junge. Also Mädchen. In dem Fall. Und ich freu mich schon wenn hier die Straße auch da ist. Wenn wir dann hier die ersten Häuschen bauen. Da freu ich mich richtig drauf. So sieht's jetzt von oben aus. Es wird doch recht adrett glaube ich. Oder? Kann man doch echt anbieten. Ich würde bei Zeiten glaube ich auch die beiden hier umziehen lassen irgendwann. Den Taylor Swift und den Blacksmith. Blacksmith ist der Bruder von Will Smith. Die würde ich vielleicht noch umziehen lassen und ihnen hier auch noch ein paar Wohnhäuser dahin machen. Die könnte man theoretisch sogar da unten hinziehen lassen. Hier so. Na ja schauen wir mal. Immer noch zwei. Mann, 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 Mann. Gebt mal ein bisschen Gas. Ich bin ungeduldig. Ich will ein bisschen Liebe sehen hier. Liebe im Gatter. Möchte ich gleich einen Roman schreiben. So ein Liebesroman. So 100... 100 Firewood. 188 Loks. 250 Firewood haben wir. Ist nicht sonderlich viel. Ich glaube der hat da bestimmt... Entweder haben die das verteilt jetzt schon wieder. Oder wir haben das hier aufgefüllt. 1000 Firewood haben wir da. Na ja, na ja. Das hätte ich vielleicht einschränken sollen erstmal. Weil jetzt werden wir diesen... Jetzt werden wir wieder einen kalten Winter haben. Aber mit Kühen. Vielleicht geben... Ach, die geben ja bestimmt auch Leder, die Kühe, ne? Die geben ja bestimmt auch Leder. Ah ja, Heidcoat, Leather. Hier, Warmcoat. Leder und Wolle. Das brauchen wir beides. Das heißt, wir müssen auch irgendwie Schafe rankriegen. Wenn wir Schafe rankriegen, dann ist der Lachs geschnitten. Dann ist der Käse bestellt. Dann ist das Ravioli fertig. Dann können wir... Was? Dann können wir nämlich richtig schöne, warme Wolljacken für den Winter herstellen. Für den Sommer auch. Und dann gründen wir noch eine Deo-Fabrik. Und machen Milliarden. So, hier bauen die den Weg irgendwie. Ich weiß... Ein Labor haben wir noch übrig. Der kommt noch mit in die Kohlewerke. Das finde ich ja liebevoll, dass der da... Okay, picking up resources. Der hat also nur zwei Steine mitgehabt, oder was? Naja, das ist ja ein bisschen... Bisschen mau. Egal, was soll's. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, Fische. Hier oben machen wir Fischereigebiet. Ich teste mal ganz kurz was. So, das sieht ganz gut aus. Da können wir tatsächlich ein paar Fischbetriebeln machen. Ein, zwei, rund um das Ding rum. Wobei, ne, hier geht's nicht. Rund um das Ding rum hat sich gerade erledigt. Wir können dann vielleicht hier so ein bisschen. Eins, zwei, drei, wenn wir Glück haben. Boah, das ist ja überall immer irgendwas Rotes. Also hier wird's gehen, dann da einen hin, dann da oben einen hin. Ich glaub, drei Stück kriegen wir dran und dann hier noch ein bisschen am Fluss. Dann hätten wir da hinten so wirklich so ein Fischereigebiet, wo die ganzen Fische immer herkommen würden. Da bauen wir uns aber hin, das wär so Hafengebiet, weißt du? Industrielles und so. So, den Kühen geht's gut. Einer kümmert sich drum, da freu ich mich. Guter Mann. Ansonsten hab ich immer die Zahlen im Auge. Ich hoffe, da ist jetzt nix geändert. Zwei Bilder haben wir immer noch. Aber das mit den Kühen wird eh noch ein bisschen dauern. Die müssen sich fortpflanzen und erst wenn wir hier über sieben Kühe haben, erst dann werden die ersten Kühe geschlachtet. Das heißt, die müssen sich erstmal fortpflanzen. Da müssen wir ein bisschen geduldig sein. Aber die Stuckenborstler, es ist Winter geworden, die mummeln sich natürlich gerne wieder jetzt vom Kamin ein und lesen sich gegenseitig Weihnachtsgeschichten vor. Hätte ich jetzt eine hier, würde ich jetzt eine vorlesen. Ich probier's mal hier mit. Ich mach mal kurz Licht hier im Büro. Also hier am Tisch, warte. Er hat sich nicht vor Ort mit 4h und 2h. In einem in den 70ern nur getragen wollen. Also hier natürlich nicht wieder und zu ver清楚 INacakschen.